Gossip Girl Neue Serie, Gossip Girl Hottikasse wird jetzt Superheld Endlich kommt Kasse Grafurt, 32, zurück ins Fernsehen. Nach Gossip Girl wollte es diesbezüglich bisher nicht so gut klappen. 2015 übernahm der Schauspieler zwar eine Rolle in der TV-Sendung Blood & Oil, die wurde jedoch nach nur 10 Episoden wieder abgesetzt. Jetzt hat einen neuen Part ergattert er wird für eine geplante Amazon-Serie zum Superhelden. Wie die Adline berichtet, wird Kasse einer von The Voice sein. Die Show basiert auf einem Comic von, 48, und und wird von niemand geringerem als Supernatural-Schöpfer, 43, für den Streaming-Dienst adaptiert. The Boys sind eine Gruppe Superhelden, die es sich zur Aufgabe machen, andere, korrupte Superhelden aufzuhalten. Wird einen Charakter namens The Deep spielen einen Helden, der mit auf Wasser basierenden Kräften kämpft. Im Comic werden diese mit den Kräften von Aquaman verglichen. The Deep werden außerdem über natürliche Stärke, die Fähigkeit zu fliegen und extreme Ausdauer zugeschrieben. Allerdings könnte die Tatsache, dass die Rolle bekommen hat, Diskussionen auslösen – denn der Charakter ist ursprünglich eigentlich ein Afroamerikaner. Könnt ihr euch Kasse Krawat in einer Superhelden-Rolle vorstellen? Ja, ich freue mich schon darauf – nein, das passt überhaupt nicht zu ihm.